Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, morgen Abend geht's weiter für unsere Mannschaft. 19 Uhr gegen den SC Verl. Bei uns ist Jürgen Jasula. Jürgen, erstmal vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück. Am Freitagabend gab's den ersten Heimdreier, wichtiger Heimdreier. Du bist reingekommen und wir wollten gerne nochmal auf das Tor schauen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Du hast einen wichtigen Freistoß geschossen. Beschreib nochmal, wie dieser Freistoß umgesetzt worden ist und was dann passiert ist. Ja klar, da habe ich mich natürlich gefreut. Der Panzer hatte mir im Spiel auch angezeigt, dass er so Richtung ersten Pfosten laufen will. Mit seinem Finger und habe ich halt probiert den Ball scharf vorne reinzubringen und das natürlich so klappt, war halt optimal. War auch super Kopfball von Brünki und war natürlich auch ein wichtiges Tor für uns. Dann mit der 2-0-Führung war es natürlich ein bisschen ja auch mehr Erleichterung da und konnten wir halt das dann über die Bühne bringen, sag ich mal. Der Trainer hat ein bisschen durchgewechselt. Du bist von der Bank gekommen. Wie wichtig war es dann aber für dich auch mal die gesamte Erfahrung einzubringen, so einen wichtigen Freistoß auch zu schießen beziehungsweise in den Folgeminuten dann einfach auch dem Team diesen Schwung, den das Team hatte, mitzunehmen und Stabilität auch reinzubringen. Klar, ja, das war natürlich auch das Ziel, dann mit der Einwechslung, klar jeder Spieler will von Anfang an spielen, will spielen, aber es gehört dem Fußball dazu und ich habe dann probiert natürlich mit meiner Erfahrung ja nochmal ein bisschen Sicherheit ins Spiel zu bringen. Es war, das Spiel war nur 1-0, kann immer was passieren und bin natürlich froh dann, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass wir dann das zweite Tor schießen und dann den Sieg nach Hause fahren. Wie wichtig war das auch mit Blick auf den Teamgeist, diesen Heimdreier gegen starke Münchner, wo du vielleicht auch einige kennst, mitzunehmen für uns? Ja, war sehr wichtig natürlich. Wir haben die ersten zwei Heimspiele leider verloren. Wir müssen, für uns ist es auch wichtig, dass wir in den Heimspielen punkten vor unserer Kulisse und ich glaube, wir konnten das Publikum gut mitnehmen. Das Publikum hat gesehen, dass die Mannschaft alles gemacht hat dafür und das war sehr wichtig für uns. War auch sehr notwendig, wenn man auch auf die Tabelle schaut, waren wichtige drei Punkte, aber wir müssen jetzt dranbleiben. Wir müssen mindestens mit dem gleichen Engagement weitermachen, weil es kommen noch viele schwere Spiele und wir müssen jetzt probieren, natürlich jetzt auch auswärts nach dem einen Punkt in München weiter Punkte einzusammeln. Es bleibt jetzt nicht viel Zeit oder blieb viel Zeit zu regenerieren. Wie macht man das am besten als Profisportler und mit Blick auf morgen Abend, was erwartet uns gegen Verl? Klar, die Spieler, die gespielt haben, müssen sich gut regenerieren. Die Spieler, die jetzt nicht so viele Minuten hatten, haben am nächsten Tag ja noch trainiert. Aber natürlich Schlaf ist sehr wichtig und einfach alles daran zu setzen, dass man wieder frische Beine bekommt, weil der Abstand ist sehr kurz, Verl hat sogar glaube ich noch einen Tag weniger Pause als wir und das wollen wir natürlich probieren zu nutzen. Es wird ein schweres Spiel, Verl hat sieben Punkte glaube ich, ist gut gestartet in der Saison, hat den Aufschwung mitgenommen vom Aufstieg und wir müssen unser Spiel probieren durchzudrücken und zeigen, dass wir da hinfahren und auch Punkte mitzunehmen. Jürgen, vielen Dank für deine Ausführungen, morgen Abend viel Erfolg und erstmal eine gute Woche. Danke. Vielen Dank. Super.